Als dieser Mann ein Mädchen adoptierte, das niemand wollte, dachte er, sie würde glücklich bis ins Ende ihrer Tage sein. Doch Jahre später tat sie etwas Schockierendes und Herzreißens hinter seinem Rücken. Der Grund wird dich bis ins Mag erschüttert. Dale hatte sich immer gewünscht, ein Kind zu haben, aber wegen seines arbeitsreichen Lebens hatte er nie die Zeit gefunden, sich niederzulassen und eine eigene Familie zu finden. Dale lebte und arbeitete in Atlanta, Georgia, und hatte eine sehr erfolgreiche Karriere als Baukaufmann. Er hatte sein eigenes Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut und auch ein kleines Vermögen gemacht. Aber um ehrlich zu sein, fand er die ganze Erfahrung einfach nur wie ein lustiges Abenteuer. Das Problem daran war, dass dieses Abenteuer ihn nicht mehr so festete wie früher, und er kehrte zu seinen Traum zurück, ein Kind zu bekommen. Leider gab es etwas, dass sie davon abhielt, diesen Traum zu verwirklichen. Er hatte nie die Liebe seines Lebens. Dale sagte immer, dass er, wenn er mit jemandem ein Kind haben möchte, wollte, dass die Frau für immer da ist. In dieser Hinsicht war er sehr traditionell. Aber natürlich stellte er seine Karriere an erste Stelle und fand deswegen nie die perfekte Frau, mit der er eine Familie grünen konnte. Sicher, er hatte Freundinnen und kurze Affären, aber keine, die er zur Mutter seines Kindes hatten wollte. Nicht, dass er an diesen Frauen etwas auszusetzen gewesen wäre, aber keine von ihnen konnte die Vorstellung, die Dale im Kopf hatte gerecht werden. So, mit dieser Karriere, dass seine Karriere sich selbst überlassen blieb und sich keine perfekte Frau zeigte, Dale decided to do something drastic. Er beschloss zu adoptieren. Er wollte zwar unbedingt ein Kind, aber die Art und Reise, wie dieses Kind bekam, war nicht so wichtig. Natürlich hätte er gern ein biologisches Kind gehabt, aber es sahen, als hätte der Schicksal ihm diesen Traum verwertet. Also, dann Adoption. Und so begann sie lange und versuchen auf die Kinder der Träume, dass er aufziehen und sieben konnte, dass er es sein eigenes. Eventually, Dale kam auf ein junger Mädchen zu namen Lisa. Sie war erst sechs und obwohl er immer vorhatte ein Baby zu adoptieren, hatte Lisa etwas an sich, das sie faszinierte. Sie war, wie die Mitarbeiter des Orphanate-Staffs sagten, ein Mädchen, das niemand wollte. Sie war immer wieder zu uns und andere Kinder übersehen worden. Irgendwann wurde sie älter und immer weniger Leute beachteten sie überhaupt. Sie waren alle auf der Suche nach Babys, so wie Dale anfangs auch. Diese Geschichte hörte sein Herz und nach einigen Überlegen beschloss er, ihr eine Chance zu geben. Sie hatte es genauso verdient, glücklich zu sein, jedes andere Kind. Es gab jedoch eine Sache, die Dale vorhanden würde. Die Mitarbeiter hielten Lisa's Vergangenheit geheim. Sie wollten es dem zukünftigen Vater nicht verraten und glauben, dass sie die Wahrheit irgendwann sowieso erfährt. Außerdem schien es jetzt nicht mehr so wichtig zu sein, denn die Vergangenheit war lange her. Während des gesamten Adoptionsverfahrens wurde Lisa's Vergangenheit also nie erwähnt. Schließlich wurde sie offiziell adoptiert und zu seiner rechtmäßigen Tochter. Und überraschenderweise verstanden sich die beiden von ersten Moment an. Vielleicht lag es daran, dass Lisa ein bisschen älter war. Oder vielleicht auch nur daran, dass Dale so glücklich war. Aber es schien alles wie am Schmierchen zu laufen. Die Monate vergingen. Und jeder Tag war ein guter Tag. Sie stritten sich nicht ein einziges Mal. Sondern es war, als wären die beiden seit ihrer Geburt Vater und Tochter. Ihre Bindung war stark. Und obwohl Dale allein erziehend war, fühlte er diese Rolle mit Magnificently. Doch im Laufe der Jahre bekam er ein seltsames Gefühl. Dale started to get a strange feeling. It was a niggling thing at first. He was able to ignore it and look past it. But as more time passed, he just couldn't shake the feeling that Lisa was hiding something from him. But why? Er wollte seiner Tochter nicht vorwerfen, denn er liebte sie wirklich sehr. Aber es war auch ein Gefühl, das er immer schwerer ignorieren konnte. Wie eine Last, die im Lacken saß. Hinzu kam, dass Lisa, je älter sie wurde, sich immer mehr zurück zum Urtesvorzugteil allein zu verbringen. Während Dale und Lisa früher unzertrennlich waren, begannen sie sich zu entfremden. Und die traurige Tatsache war, dass Dale sich nicht mehr sicher war, warum das geschah. War es etwas, das er getan oder gesagt hatte? Er hatte seinen inneren Verdacht nicht geäußert, also konnte es das nicht sein. Vielleicht machte sie gerade eine pubertäre Phase durch. Was auch immer der Fall war, die Beziehung von Lisa und Dale begann sich zu entzweien. Schließlich trug Lisa von zu Hause aus, um auf College zu gehen, was die Beziehung zwischen Dale und seiner Adoptivtaugte nur noch schlimmer machte. Sie zog am Tag Kilometer weiter an das College ihrer Wahl, was auch eine räumliche Distanz zufolge hatte. Dale bemühte sich nach Leibeskräften, den Kontakt zu halten. Doch mit der Zeit wurde es immer weniger, bis es schließlich völlig einseitig war, und Dale nur noch es schrieb, auf die er keine Antworten hieß. Es war, als ob sie sich für Dale verstecken würde. Diese Entwicklung verletzte Dale mehr als irgendjemand je verstehen würde. Er hatte diesem Mädchen eine Chance gegeben, für die ein neues Leben geschenkt. Mit Jens hatte sie sich selbst aus diesem Leben ausgeschlossen. Er beschloss ihr noch eine Essen, es zu schicken, in der Hoffnung, dass sie antworten würde. Dale schüttete ihr sein Herz aus und erklärte ihr, dass er sie liebt und hofft, dass es ihr gut geht und sie glücklich ist. Wie durch ein Wunder antwortete sie kurz, mir geht gut, aber das war's auch schon. Keine weitere Erklärung, kein Hinweis, wo sie war. Nicht nur eine Entschuldigung für alles, was ihrem Vater antwortete. Dale war froh, dass es ihr gut ging und er hörte von da auf, sich zu belästigen. Jahre später ging Dale wie gewohnt sein Geschäft nach. Er versuchte, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich nicht wieder traurig oder negativen Gedanken über Lisa zu beschäftigen. Natürlich vermisste er sie, aber er versuchte, diese Traurigkeit zu verdrängen. Doch aus heiterem Hinblick, er wieder einen Abruf. Niemand sprach und nach einigen Sekunden war die Leitung tot. Dale fand es merkwürdig, dachte sich noch nichts weiter dabei. Das reicht, bis es ein paar Stunden später wieder passierte. Diesmal sprach nach einigen langen Moment ein Mann und nannte Lisa mit Namen. Dades Herz setzte ein Schlag aus und er fragte, ob er nicht sprechen kann. Es herrschten noch ein paar Augen, wie die Stille bevor er hörte, wie das Telefon weitergerecht wurde. In diesem Moment hörte Dale eine Stimme, die er seit vielen Jahren nicht mehr gehört hatte. Es war Lisa. Unaufgefordert begann Lisa zu sprechen und erklärte ihm alles, was sie getan hatte. Sie bereute so viel, umwünscht, sie könnte die Zeit zurückdrehen. Alles anders machen, aber die Wahrheit war, dass sie ihren Platz in der Welt nicht richtig verstanden hatte. Weil sie sechs Jahre alt war, als Dale sie adoptiert hatte, war ihr sehr bewusst, dass sie nicht zu ihm gehörte. Dale fragte, warum sie ihn ignorierte. Und zu seiner großen Überraschung gab diese ihm eine Antwort. Diese Antwort war eine, die ihn schockierte. Und wenn er ehrlich war, würde er sich ein bisschen verraten, aber er hörte aufmerksam zu, als sie sprach. Während ihres Studiums hatte sie einen Freund gefunden, der ihm bereits adoptiert hat. Sie schlossen sich über ihre Erfahrungen zusammen und machten sich schließlich auf die Suche nach ihren bleiblichen Eltern. Nach langen Rufen fand Lisa heraus, dass ihre Eltern nichts anderes taten als Drogen zu konsumieren und sehr zwielichtige Gestein waren. Deshalb hatte sie niemand adoptieren wollen, weil die Eltern mit Drogen zu tun hatten. Lisa entschuldigte sich bei Dale dafür, dass sie hinter seinem Rücken so etwas getan hatte, obwohl sie eigentlich glücklich und zufrieden mit ihrem Leben hätte sein sollen. Lisa fuhr mit der Erklärung fort. Während des Studiums hatte sie einen Jungen kennengelernt und sich in ihn verliebt. Sie waren zusammengezogen und, so wie es aussah, alles gut für die beiden. Lisa´s Freund von ihr ist bereit und weise und er hatte sich ihre Geschichte genau angehört. In fact, es war er, der ermutigte Dale anzurufen und alles wieder gut zu machen. Der einzige Grund, warum sie das nicht schon früher getan hatte, war, dass sie Angst davor hatte, wie er reagiert hätte, wenn er erfährt, dass sie hinter seinem Rücken recherchiert hatte und dass er sie nicht beliebt. Aber die Wahrheit war, dass Dale sie immer noch liebte, mehr als jeden anderen Menschen auf der Welt. Sie würde immer sein kleines Mädchen sein, egal was ihre Vergangenheit war, woher sie kam oder ob sie das hinter seinem Rücken tat oder nicht. Seine Tochter war für ihn eine erstaunliche, liebeswürdige und schöne junge Frau. Er liebte sie trotz der Entfernung dieses Zerwürfnisses, und es würde immer so sein, bis zu seinem Tuch. Jetzt liegt es an dir. Was hättest du von dieser Geschichte? Was hättest du gemacht, wenn deine Adoptivtochter hinter deinem Rücken nach den leiblichen Eltern sahen? Und was hättest du gemacht, wenn du die Wahrheit über die Vergangenheit herausgefunden hättest? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung beteiligst. Also, schreib sie in die Kommentare.